Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening Video. Heute wieder mit dabei die Lolli. Hallo. Und ja, also die letzten zwei Case Openings, die liefen ja glaube ich nicht so gut, ja. Deshalb bin ich großer Hoffnung, dass wir hier mal ein, ja, zumindest mal pink ziehen, ja. Das kann natürlich dann auch in Rot übergehen oder sogar in Gelb, ja, das würde ich sehr feiern. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal den letzten Key und die erste Case. So. Ja, soviel dazu. Eigentlich hätte ich die ganzen Sachen, eigentlich hätte ich noch einen Tag warten müssen und das dann alles auf mein, äh, auf mein Silber 1 Account drüber traden, ja. Weil der hätte dann wahrscheinlich sicherlich zwei Knives daraus bekommen. Mit Sicherheit. Vielleicht. Mit Sicherheit. Da könnte ich, da könnte ich drum wetten, ja. Da könnte ich drum wetten, dass, dass der Account sicherlich zwei Knives bekommen hätte. Aber, dann hätte ich, dann hätte ich erst mal sieben Tage warten müssen, bis das Ding, äh, tradable wäre. Und dann hätte ich dann nochmal 15 Tage warten müssen, bis ich, äh, das auf mein Account, hätte. Ja. Weil auf dem ist ja kein, äh, Steam Mobile Authentifix da drauf. Ja, das ist halt. Ja, das ist halt. Die Sword of Limelight. Lime, Lime Light. Lime Light. Lime Light. Alter, das ist ein Zungenbrecher. Ja. Also, ich finde die tatsächlich eigentlich echt hässlich. Ja, muss ich sagen. Aber, gibt's überhaupt irgendeinen schönen Sword of Skin, jetzt mal ganz ehrlich? Der Kraken. Ja, aber ich glaube, das ist auch der einzige, weil halt eigentlich kein Mensch wirklich Sword of spielt. Anges 문제. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja,gut, wie. Ja. Außer, außer auf den ganzen Maps wie Italy und was wissen nicht, wie die alle heißen, militia das spiel das spiel alle die absoluten rotswaffen aber ich bin wirklich nicht so oft wenn immer autoshocken oder nova er ist die schlechteste waffe im ganzen spiel also er kommt kein pink für mich habe ich doch schon noch mal letzte case letzte case sagt man eine zahl zwischen 1 und 31 17 18 17 leider eine nova exo ja leute das war für diese woche setzen unsere blau serie fort her hier mal kurz zur übersicht was wir gezogen haben ja nee halt das hier die erste seite das ist das was wir bislang gezogen haben ja also ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zur nächsten woche bis 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 bis